Hallo und herzlich willkommen zurück. Seit 15 Jahren gab es kein Blizzard-Spiel auf einer Nintendo-Konsole. Das könnte sich bald ändern. Und nein, Blizzard haben sich's nicht spontan anders überlegt und bringen Hearthstone doch auf die Switch. Es ist Diablo 3, das voraussichtlich noch dieses Jahr für die Hybrid-Konsole erscheinen wird. Das hat jedenfalls das amerikanische Magazin Forbes geleakt. Die haben aus Versehen einen vorgeschriebenen Artikel zu früh online gestellt, der Artikel und alle Screenshots sind schon wieder offline, aber sowohl Kotaku als auch WCC-F-Tech bestätigen, dass beide DLCs enthalten sein werden sowie einige exklusive Switch-Inhalte. Welche Inhalte das sind und welche Koop-Optionen ihr habt, könnt ihr auf GamePro.de nachlesen, den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung. Die USK wird nun auch Spiele prüfen, in denen Hakenkreuze vorkommen. Wir haben schon darüber berichtet, aber wer mehr dazu wissen möchte, dem lege ich zwei unserer Videos ans Herz. Einmal eines, in dem unser Chefredakteur Heiko mit Sandro die Gegebenheiten klärt und eine Videokolumne von Maurice. Beide Links packe ich euch in die Videobeschreibung. Nun hat die USK dem ersten Spiel, in dem Hakenkreuze vorkommen, unter Berücksichtigung der Sozialadäquanz eine Jugendfreigabe erteilt. Es handelt sich dabei um die Gamescom-Demo von Through the Darkest Times, die jetzt ab zwölf Jahren freigegeben wird. Das Spiel des deutschen Entwicklerstudios Paint Bucket Games spielt im Berlin des Dritten Reiches, wo der Spieler eine Widerstandsbewegung gegen die Nazis leitet. Die Ereignisse im Spiel sollen außerdem auf wahren Begebenheiten beruhen. In einer Pressemitteilung begründet die USK ihre Entscheidung, die Darstellung der Kennzeichen im Kontext des Spieles erfüllte aus Sicht des unabhängigen USK-Prüfgremiums die Kriterien der Sozialadäquanz aufgrund der klaren Gegnerschaft zum NS-Regime, die das Spiel vermittelt. Wir wussten, dass nun schlimme Zeiten anbrechen würden. Wie gewonnen, so zerronnen. Nachdem Realm Royale vor zwei Monaten einen Höchststand von 105.000 gleichzeitigen Spielern verzeichnen konnte, haben sie inzwischen 93% ihrer Spielerschaft schon wieder verloren. Sehr schade, denn eigentlich hatte man gehofft, dass dieses Spiel endlich eine echte Konkurrenz auf Steam zu PUBG sein könnte. Ein Blick in die Reviews zeigt aber ziemlich deutlich, warum auch die Empfehlungen von Twitch-Größen nicht dafür sorgen konnten, dass die Spielerschaft abspringt. Vor allem das Balancing von Waffen und Hitscans wird sehr oft kritisiert. Das heißt aber noch längst nicht, dass Realm Royale tot ist. Hi-Res plant weiterhin das Spiel auch für die PlayStation 4 und die Xbox One herauszubringen. Und zum Abschluss noch ein Kommentar in eigener Sache. Wenn ihr GameStar bisher nur von YouTube kennt, dann solltet ihr dringend mal auf die Webseite gucken. Dort haben wir nämlich unter anderem ein kostenpflichtiges Programm GameStar Plus, das exklusive und ziemlich coole Inhalte, viele, viele Videos und zusätzliche Reportagen für euch bereithält. Im Moment haben wir unter anderem eine sehr umfangreiche Reportage zu dem Fallout, das wir uns alle wünschen, die Fallout Mod Cascadia. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, viel Spaß und guten Loot. Moment mal, das gibt's doch nicht. Jetzt ist sie einfach gegangen und hat's gar nicht gesagt. Das Wichtigste an dieser Folge. Mann, 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 Mann. Das ist die tausendste News-Folge. Guckst du, auf die Uhr steht da tausend. Tausend Folgen und die sagt nichts und der andere Typ hat nicht mehr was. Ah! Was Muppet Michi mit dieser charmanten Überleitung sagen wollte, ist, das ist tatsächlich schon die eintausendste Folge unserer News-Sendung gewesen und ich möchte mich bei allen bedanken, die dieses Format möglich gemacht haben, die über die Jahre daran gearbeitet haben. Leute wie der Sascha, der Alex, der Klaib, der André, der Julius, der Fritz und natürlich auch das aktuelle Team bestehend aus Natascha, Tobi und auch unserem Chefredakteur, der Puppe Muppet Michi. Richtig. Und natürlich geht ein großer Dank raus an euch, unsere lieben Zuschauer, denn ihr macht es möglich, dass wir dieses Format jeden Tag machen können, weil ihr es fleißig guckt, kommentiert, liked und auch weiterleitet. Dafür vielen, vielen Dank und auf die nächsten tausend Folgen.